Guten Morgen. Guten Morgen, da sind wir wieder. Folge 3. Wir sind schon drauf. Wir sind schon drauf. Heute Dias oder so. Oh mein Gott, ich hab's so verkackt. Warum hast du verkackt? Ich hab mich ja mit Steinen eingebaut, aber ich hab keine Spitzsacke, um mich freizubauen. So ein Idiot, Alter. Sei froh, dass ich neben dir stehe. Ich brauch mal kurz ein bisschen Cobblestone ab. Oder ich bin da. Punkt. Ein bisschen aufpassen. Danke. Kannst du hier noch freimachen? Den hier. Äh. Danke. Ich bin jung, ey. Wie baust du ein? Ja, ich wollt hier. Ah, hast du noch Holz? Ich brauch Stöcke. Oder Stöcke. Stiggis. Die Firma dankt. So, jetzt brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Nicht. Ähm, was wollte ich jetzt noch mit Eisen machen? Ich glaub, ich würd's einfach nur generell haben. Okay. Ja gut, da brauch ich ein paar Sachen jetzt erstmal nicht. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ähm. Ja, das kann weg, das kann weg. Passt. Wollen wir hier weiter herumbauen? Vielleicht finden wir hier noch die, was du's meinst. Ja, da, da, lass das nicht rumgraben. Das, das, die Höhle ist noch nicht gut. Das hat ausgerkundet, das ist lieber Höhlen laufen. Okay, wo? Okay. Und dein Zeug mit. Jo, ich bau kurz alles ab. Zack, 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 zack. Gut, ich komme. Ich glaube, in Richtung Grundsinn. Ja, komm. Uiuiui, da geht's tief runter. Wups. Andere Seite, oder wie? Hm. Hm. Fledermäusels. Ich führe Fledermäusels. Ja, Eisen abbauen brauchen wir nicht unbedingt. Eigentlich muss man die Höhle nach Dias, aber so. Lava. Ja. Sehr geil. Wir bleiben weiterhin der einzige Kill. Das ist ja unglaublich. Was ist mit dir? Das ist doch sein Teampartner, oder? Hm. Ich glaube, ne. Wow, also wenn ich hier nichts finde, dann Schiebung. Bin ehrlich. Okay. Hier ist Lapis. Ich weiß nicht, ich bin einfach weitergegangen, wo wir vorhin waren, ne? Wo die Abzeugung war, wo du, glaube ich, in die andere Richtung gegangen bist, du Björnus. Brauchen wir Gold, Jäber? Was heißt für dich in die andere Richtung? Da geht's einmal nach oben und einmal nach unten. Ja, nach unten bin ich gegangen. Nach unten da, zu dem fetten Lavasee. Ne, ne. Ah, hier, schau. Du bist wieder zurückgegangen aus der Richtung, aus der wir gekommen sind, oder? Echt war das die Richtung, wo wir gekommen sind, hier. Das sah aber nicht so aus. Ja, doch. Oh. Da sind wir hier. Fuck. Das sah so cool aus. Deswegen dachte ich mir... Das ist nämlich hier, hier ist das Ding, wo wir runtergejumpt sind. Skeleton. Tschüssi. Alter. Er schwärzt mich an. Wie so eine Druckerpatrone. Ich bin gespannt, wie viele Leute noch leben werden. Bis irgendwann mal wieder was passiert. Wo bist du denn? Weitergegangen. Doch, nicht. Ich bin in die Mine rein. In die Mine? Nach oben in die Mine. Mann, ich bin so lost in dem Game, ich schwör. Ey, ich merk's, Alter. Ich weiß nicht. Das ist unglaublich, wenn man das lange nicht mehr gespielt hat. Ich kenn mich so nicht mehr aus mit Leute finden und so Zeug, ne? Irgendwie verliere ich so den ganzen Überblick in dem Game. Ist ja unglaublich. Da ich das bei der Zeitdruck habe, bin ich halt lieber ein bisschen flotter unterwegs. Verstehe ich schon, verstehe ich schon. Aber ich bin einfach lost. Ah, Sackgasse. Schade. Also Eisen und Kohle brauchen wir gerade nicht. Das können wir eigentlich gerade ignorieren, tatsächlich. Ja, reines Dia-Farm, ne? Wir haben die Möglichkeit, wir suchen nach einem Dia, oder? Wir sind Asis und gehen an die Oberfläche und suchen Leute. Ja, können wir auch mal an. Ich meine, grundsätzlich ist das kein Problem. Wenn du noch eine Wasserquelle findest, lass das mal, weil ich würde es gerne in den Eimer packen. Hier ist eine. Gold. Oh, wo kommt der hier? Oh, Alter, ich schwör. Deswegen bin ich so langsam, weil ich einfach so ein Schisser bin. Weil ich mich so erschrecke. Ich bekomme, ich bekomme als, ich werde gejumpscared von solchen Mobs. Das ist das Problem, weswegen ich so langsam bin. Müssen wir hier runtergehen? Hinter dir ist ein Zombie. Das ist okay. Nein, hier ist eine Sackgasse. Okay, dann. Wenn es Sackgassen sind, ich baue sie zu. Damit wir wissen, wir waren da schon. Sackgasse. Mach ich auch gleich zu. Gehst du nicht mal die Mobs? Oder sind einfach basically keine? Da war ich noch nicht. Ah. So. Da hinten, Sackgasse, jetzt wieder irgendwo ein Spawner. Aber der ist jetzt auch mal egal. Probably. So ein Fall wäre eine Axt auch cool, right? Wo ist die Sackgasse gewesen? Da, wo du gerade hergekommen bist, ne? Äh. Ja, dann läuft hier alles in Sackgassen. Dann baue ich mal wieder zu. Irgendwo sind hier noch mega viele Zombies. Über uns oder sowas. Kann das sein? Könnte. Ah, hier ist eine Kiste. Hallo. Wenn nichts interessantes. Schade. Ist das sonst Sackgasse? Was ist denn da so drin? Ah, wieder Melonenkerne. Und Redstone. Nehme ich mit. Weil, wer weiß. Gucken wir an unsere Schlucht wieder. Ähm. Ja, ich meine, wir können nach oben gehen eigentlich. Und vielleicht besuchen oder so. Oder willst du weiter nach Dears suchen? Also so ein Dears wäre noch nice. Ich würde echt gerne enchanten. Wir können, wir müssen noch drei Dears finden, wenn wir enchanten wollen. Ach so. Und dann brauchen wir auch noch ein Buch. Also es ist... Ja, und dann noch Dearschwerter. Und dann noch Rüstung, ne? Ja, kein Plan, ob wir das wollen. Aber momentan, wie viele Leute sind auf dem Server? Ja, aber so ein bisschen scouten. So ein bisschen Druck machen. Drucki-mucki. Ja. Dann müssen wir auch wieder zwischendrin. Dürfen wir Nahrung auch nicht aus dem Auge lassen. Das ist allerdings richtig. Das bekommen wir unten auf jeden Fall nicht. Wenn wir der Aussage glauben, dann könnten wir Richtung Spawn rennen. Ja, ich bin ehrlich. Weiß nicht, ob man sowas glauben schwenken sollte. Ja, stimmt. Neter-Portal könnten wir theoretisch auch nutzen. Ja, wäre eine Möglichkeit. Das ist richtig. Also wenn, dann würde ich eine andere Hülle suchen, weil ich glaube, die ist ein bisschen bekackt jetzt. Ja, für das... Oh, was ist denn hier los? Was ist denn? Also, äh, kommst du an, oder? Ist das eine zweite Schlucht? Das ist eine zweite Schlucht, glaube ich. Ich habe eine zweite Schlucht gefunden. So. Tatsächlich. Ja, dann. Die Hülle ist noch nicht abgeschrieben. Right? Meine Mathehausaufgaben. Oh mein Gott, die Punchline. Meine Mathehausaufgaben waren immer abgeschrieben. Ist so eine Lüge. Ja, die Schlucht ist schon vorbei. Aber da hinten geht es auch noch weiter. Wo hinten? Da, wo ich bin. Siehst du mich? Oh ja, warte, ich guck. Ja, die geht noch weiter, die Schlucht. Ja, das Skelett da ist ein bisschen nervig. Was ist denn? Ja, Hund. Pisse. Ich baue das Wasser weg, ne? Just that you know. Ich habe das Wasser weg gemacht. Aber Wasser. Sehr gut. Ja. Ja, als ob es das hier nichts mehr gibt. Hier ist noch nicht los. Ja, scheint ein langes Konstrukt zu sein, ne? Wie weit sind wir eigentlich von der Border entfernt? Okay, wir gehen irgendwie. Wir haben jetzt nicht so das große Problem mit der Border. Wo bist denn du jetzt weitergegangen? In die nächste Schlucht. Oh, geil. Ja, warte, ich komme auch mal. Wahrscheinlich einfach weiter, ne? Ja. Ah ja, okay. Ah, du läufst wahrscheinlich einfach oben entlang, right? Mhm. Ist ein bisschen schneller. Frage ist nur, ob man da alles gut sieht. Ja, die hast du dann eh eher unten. So. Eben. Hm, lassen wir da rüber. Hier ist Redstone. Gott, das ist die Minecraft, die ist noch hinter dem Muslimar im Arsch geschwimmt. Ui, da ist ja ein fetter Lava, seh hier. Hm? Wenn man der Schlucht weitergeht, ist ja hier ein fetter Lava, seh hier. Ja, da hinten. Vielleicht ist ja hier was. Das sind die vielversprechendsten Orte, bin ehrlich. Sei doch oft die enttäuschendsten. Das ist allerdings richtig. Hast du noch irgendwie Fackeln oder so? Ich habe jetzt nicht mehr viel. Ja. Aber ja, hier ist schon wieder Ende. Hm, das ist ja wirklich enttäuschend. Vielleicht geht es ja wieder weiter. Ah. Also ich wäre, ich wäre gerade irgendwie für an die Oberfläche gehen. Ja, können wir machen. Die Frage ist, äh. Wo wir jetzt hier weiter dumm ruprennen. Ja. Strip minen, bin ich irgendwie so kein Freund davon, muss ich sagen. Verstehe ich. Ist jetzt auch nicht so das Geiste, was wir jetzt machen können. Okay, die Spine ist straight up verreckt. Cool. Ähm. Du hast wahrscheinlich die anderen Richtungen schon abgecheckt, right? Ja, ja, habe ich. Ah, ja, okay. Ja, kein Plan. Dann lass uns einfach nach oben bauen oder so. Lass mal hier, warte, den Wasserfall hier. Können wir hochschwimmen und drunter aus dann irgendwie treppenmäßig hochbauen. Ja. Das gibt's nicht. Boah, das Schwimmen ist ja stressig. Hm. Schade. Oh, wenn der eine nicht ins Wasser geflogen wäre. Äh, hätten wir immer noch zwei gebraucht für einen Juntment Table. Stimmt, das ist auch egal, ne? Das ist irgendwie so eine neue Taktik. Andere Leute, die Arbeit für einen machen, lassen und die einfach umbringen. Hm, ja, das ist durchaus eine Arbeit, das ist, äh, eine Arbeit. Boah, eine Arbeit ist auch schon irgendwo. Ja, das stimmt allerdings. Ja, und jetzt einfach hoch, ne? Kannst du auch hinter mir einfach. Ja. Brauchst du auch schon hoch. Dachtest du mir. Mir hat das Sinn vollgeklungen. Ja, jetzt mal, da sind ja auch andere Leute, die Arbeit machen, ne? So ist das halt. Ähm, ja, ich brauch dann auch wieder Holz, weil ich hab gar nichts an, äh, Stöcken. Holz hab ich noch ein bisschen was übrig, also ein paar Planks. Ja. Ich würd gern Bögen machen, also wenn du ein paar übrig hast, dann kann ich das machen, während du hochbaust. Äh, oder? Jetzt Strings und hier mein Holz. Ja, Strings hab ich hier. Okay, Holz, danke. Ähm, zack, 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 zack. Ja, du hast ja mega viel, heilige Schüsse. Ähm, dann Workbench-Schuss. Und. Ich hör schon Hähnchen. Fuck. Ah ja, so macht man das. Zwei Bögen. Dann können wir die beiden weghauen. Und Pfeile macht man ja mit Federn. Oder Federn, Sticks und. Ah ne, Feuerstein, right? Ja. Hab ich nicht. Geil. Hm, pass auf, Flut kommt. Nein, 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 nein. Nein. Warte, ich mach zu. Mach NRW zu. Mach zu und krieg ich hier anders hoch. Regnet's jetzt. Alter, als ob hier auch Flut ist. Ja, egal, aber wir sind gleich oben, oder? Ja, wir sind schon oben. Also. Aber komm, noch mal kurz Flut runter. Egal, Hauptsache. Du solltest nicht in mich reinrennen. Ja, ich wusste nicht, dass da ein Ding ist. Okay. Oh, da drüben haben wir uns angefangen runterzubauen und hier sind wir wieder. Äh, ja, sehr cool, ne? Also schauen wir Richtung Mitte wieder, ob da was abgeht. Ja, lass mit dir gehen, komm. Berlin, bitte. Das wäre so geil, wenn da jetzt einer chillt. Oder könnte ich vielleicht zuerst noch Essen braten ein bisschen? Ich warte, ich kann dir noch was abgeben. Naja, das ist auch in Ordnung, weil ich hab nicht mehr so viel. Hab ich den? Ja, dann nimm mal und dann machen wir ja dabei. Viel Zeit haben wir nicht. Hast du Pfeile? Ne, hab ich nicht. Äh, doch sieben Stück. Okay, passt. Dann behalte die mal und nehm. Ne, 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 mach du den Bogen. Aber ich hab zwei, ich hab zwei. So, ja, aber wir würden nicht so viele Pfeile haben und uns das glaube ich erst nur, wenn einer macht. Aber nimm zuerst mal den Bogen. Ja, aber dann Pfeile machst du. Okay, ich hab acht Pfeile. Okay, passt. So heißt du, das ist aktiv einen. Das sind zwei Creeper. Äh, ja, das ist richtig. Sehr gut. Wo sind sie? Gut, ich meine, die meisten sind jetzt glaube ich eh gleich mal weg, oder? Weiß ich nicht. Wo bist du jetzt hin? Hat die verloren. Wie? Wie schaffst du es immer mich zu verlieren, Alter? Ah, da. Da, ich hab dich, ich hab dich. Hab die Schwierere gefunden. Deine Orientierung ist echt gut. Ja, ich schwör, die sind Minecraft komplett Arsch. Hey, hat sich jemand gebaut. True. Ähm, weißt du, was ich mir halt denk? Äh, irgendwo da, wo wir Tari gekillt haben, muss doch auch Löwenglut gewesen sein. Das ist richtig, ja. Der hat wahrscheinlich aber gesneakt. Der hat safe gesneakt. Ist hier in der Höhle? Er hat einfach zugeschaut, wie sein Maid verreckt. Ne. Ah, doch. Ihr könnt in der Höhle sein. Aber egal. Ähm, ja, der wird zugeschaut haben, weil... Ohne Weapon und so. Stress dich. Ich nehm die Kuh auf dem Weg mal mit, ne? Ja, ja, ich mach hier auch gerade. Ist Leder für irgendwas? Ist die Kuh auf dem Dach? War nicht für Leder? Alter. Äh, ja, für ein Buch, dann für unseren Stand mit Hebel. Ah, ja, genau. Und da geht's, glaube ich, Richtung... Ich glaub, du siehst die Mitte eh von hier. Basically so ein bisschen. Alter, Fall Damage kann ich nicht einschätzen. Ah, schön. Ich bin einmal runtergegangen, kann jetzt wieder hoch. Sehr stark. Sehr starker Play. Äh, hier müssen wir die Mitte gewesen sein. Da steht noch ein Crafting-Table. Ja, ich geh auf. Einfach mal Richtung Mitte. Warte, wir wollen jetzt zur Mitte. Das heißt, ich kann auch Koordinaten anschalten. Waren welche? Ah ja, okay. Ich weiß jetzt, wie wir zur Mitte kommen. Passt. Ich geh zur Mitte, wir werden uns bei der Mitte sicher wieder sehen. I hope. Die Mitte ist bei Koordinate 0-0, oder? Ja, ja, ist bei 0-0. Deswegen geh ich da jetzt hin. Und nehm auf dem Weg noch richtig viele Schweinis mit, weil... Boah. Da richtig viele Schweinis sind. Hä, hat die keiner mitgenommen, oder was? Was ist denn los mit den Leuten? Haben die keinen Bock auf Schweinis? Waren wir? Eins ist noch da. Sehr schön. Aus der Mitte. Ja, ich bin bald da. Da sind auch richtig viele Schweine und Schafe, wo ich bin. Hä, dann lass einfach essen in der Mitte fahren. Wo ist das Problem? Hä, ich seh noch mehr. What the fuck? Aber ich komm jetzt erstmal zu dir. Mich wundert das, als ob das keiner abgebaut hat. Warum werden die alle gekickt? Und ich will Stress? Ja, ich auch. Und jetzt sind alle weg. Wir müssen einfach Leuten immer nachjoinen ab sofort. Ich glaube, ich seh's Portal. Ich soll gleich da sein. Ich frage mich gerade, ob Neta irgendwas bringt, wenn wir noch nichts haben. Können wir XP gut farmen, aber... Ja, bringt auch noch nichts, wenn wir kein Enchantment-Table haben, right? Ist richtig. Das sind hier viele Tiere. Ja, ich nehm einfach alle mit. Ja, same. Ist das eigentlich irgendjemand aus uns? Ne, wir sind die einzigen, die noch da sind. Aber dann haben wir eh chilliges. Dann können wir ja übel chillen. Ich geh... Wahrscheinlich geh ich, sobald die Zeit halbwegs abläuft, geh ich Richtung Mitte. Und dann werden wir da wahrscheinlich... Die sind, glaube ich, tatsächlich ungelootet. Die sind ungelootet, Mann. Kisten. Da ist noch das ganze Fleisch und so drin. Echt? Das nehmen wir mit, oder? Digga, hör. Der... Also, da ist ja... Der Loot ist ja echt lächerlich, aber... Jetzt sind welche da? Meinst du, die finden wir irgendwo? Ist das noch Lederrüstung? Äh, ich glaube leider nicht. Aber ja, Kiste hat tatsächlich keiner genommen. Okay, dann. Lederschuhe bringt nichts. Den Stock nehme ich mit. Zuckerrohr. Hier ist ein Fleischparadies, Mann. Was meinst du? Ja, brauchen wir, brauchen wir. Wir brauchen ein Buch auf jeden Fall. Nehmen wir Zuckerrohr mit. Da ist... Ich fühle mich hier wie in der Metzgerei, bei der Fleisch auch so. Das ist ja echt ein Wahnsinn. Hm. Der nimmt auch mit. Stock. Wichtig. Wichtig. Stock. Dann looten wir das ganze Zeug mal. Granit. Zuckerrohr. Fünf Zuckerrohr bisher. Passt nicht. Ist hier nicht jemand? Das ist irgendwie schade. Hey, manche sind einfach viel weiter unten gespawnt als andere. Naja. Hartfrech. Hasen auch schlachten. Ne, ist wichtig. Alles gibt... Boah, ich... Hasen, glaube ich, nicht. Na, nur die Ausgewachsenen. Ah, tatsächlich. Nur die Ausgewachsenen. Alter, verarsch mich nicht. Hey, wie ist der überhaupt rausgekommen? Was ist los? Ich wundere mich gerade nur, wie die Person rausgekommen ist, weil da legit kein Block abgebaut war. Mein Inventar ist voll. Das brauche ich nicht. Kaninchen verbrauchen wir nicht. 30 Sekunden. Gold brauchen wir auch nicht, oder? Ne, 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 ne. Wobei normale Goldäpfel sind schon cool. Redstone brauchen wir nicht. Schienen brauchen wir auch nicht. So, wo gehen wir hin? Ich baue mich einfach schnell in die Erde ein. Okay. Dann ne ich mich auf. So. Mach's mir hier noch gemütlich. Passt. Ja gut, damit haben wir unsere gesamte Aufnahmezeit verbraucht für heute. Und das nächste Mal können wir dann erst wieder am Dienstag frühestens aufnehmen, wenn die Folge vorbei ist. Yes, sir. Ja gut, ich glaube von Dienstag wird keiner drauf kommen, dass wir in der Mitte chillen. Also, ja. Ich meine, vielleicht können wir ja beim nächsten Joinen einfach, vielleicht suchen wir uns einen Tag raus. Oder wenn wir mal sehen, ey, da sind viele Leute auf dem Server, keine Ahnung, 10 Leute oder sowas, dass wir dann spontan einfach sagen, let's go. Wir sind in der Mitte, vielleicht ist da jemand oder sowas. Mal gucken. Ja, wenn es spontan möglich ist, ja. Ja, genau, natürlich. Aber sonst, schauen wir mal. Dann sehen wir uns morgen wieder und mal sehen, was dann passiert. Ich wünsche euch was. Tschüss. Hau rein, falls wir uns wiedersehen. Ei, ei, ei.